Das ist der Song doch, oder? Oder ist es der Song gar nicht? Ist es der Song? Nein. Nein. Ah, scheiße, Digga. Ich hätte mich so gefreut. Ah, hier. Okay. Alle, Bruder, ich hätte mich so gefreut. Du weißt, dass es hart ist. Wir sind immer am Machen und kommen mit vollautomatischen Waffen. Keine Probleme, dein Kaffer zu treffen. Die Jugend da draußen ist nicht mehr zu retten. Kriminell, kriminell an jeder Ecke. Mein Mahalle, Mahalle geht durch die Decke. Keiner Verbrecher, seid kein Of ein Dealer. Fischer hat immer den richtigen Riecher. Raps über Kissen, du richtiger Mieser. Doch bist noch an Blasen und wartest auf Feature. Gäster, Rap, wir sind ne andere Liga. AK und Volo zu großes Kaliber. Es wird wieder dreckig, wir bleiben authentisch. Denn keiner ist echter als echte Berliner. Zieh durch, Lattdach. Schüsse fallen nachts auf den Parkplach. V-O-A-K. Geh mein Fick, was der Staat sagt. Plan B ist Plan A. Kellech ist frisch aus der Schwarzmarkt. Jet L, O-K. Minimum 5 Jahre Strafmaß. Berlin Original. 100 K für den Pets bezahlt in den Bar. Berlin Original. Die Rolex, die glänzt so schön an meinen Arm. Berlin Original. Rapper sind Fans und machen uns nah. Berlin Original. Bitter, AK, jetzt ein abgefuckten Part. AK ist so krass, alle. Wenn ich die Trends oder den Automat. Ich komm in dein Mahalle und mache Brüche. Wache flüchtet, denn hier fallen Schüsse. Ich hör nur bitte, mach nicht bitte. Wenn ich die Schlitten in Rachen drücke. Beweise sind lückenhaft. Karre ist sichergestellt bei den Bullen. Und ich fackel die Hütte ab. Ganz listig. Brandstiften auf der sicheren Seite stehen langfristig. Geisterfahrer sowie Ghostbuster. Will die Million und kein Trostpflaster. Aspada gemacht, doch nur Tradags bezahlen. Die hängen Adams am Hals wie bei Moosrammer. Saubere Noten wie bei Prüfungsphase. Geldkassetten in der Kühlanlage. Minusgrade für die Farbe. Spur verlieh dich in der Schlitterstraße. 30 Uhr, ich brauch zwei Minuten. Zeugen geschockt, sowie Eisskulpturen. Staatsanwaltschaft hat sich einberufen. Wegen Einbruchspuren in den Reimstrukturen. Auf schmalen Grad zwischen... Alla Geisterkrankheit. 30 Uhr, ich brauch zwei Minuten. Zeugen geschockt, sowie Eisskulpturen. Staatsanwaltschaft hat sich einberufen. Wegen Einbruchspuren in den Reimstrukturen. Auf schmalen Grad zwischen gut und böse. Deutscher Rap macht die Jugend blöde. Langsam gerät alles aus den Fugen. Denn die halbe Szene ist voller... Huren-Söhne. Lattdach, Schüsse fallen nachts auf den Parkplach. VOO, AK, G mein Fick, was der Staat sagt. Plan B ist Plan A. Kellech ist frisch aus dem Schatzmann. Jet S, OK, Minimum fünf Jahre Strafmaß. Berlin Original, 100k für... Ich feier's, Digga. Ich feier's, Digga. Okay, was gibt's noch heute, Dredis? OG habt ihr gesagt, gell? Yes. Aber hey, Bruder, Geld ist nix wert. Warum? Weil Geld rennt uns hinterher, mein Bruder, OK? Mega so schlimm. Bruder, Geld wird uns hinterher rennen, Bruder. Das war's, Digga. Bis zum nächsten Mal.